Hallo Onkel Hiram. Hallo Herr Sommer. Du bist also der Onkel von Paula. Ganz genau. Was ist denn eigentlich mit Paula los? Naja, sie ist dick. Also jedenfalls schwer. Zu schwer für eigentlich alles außer Kirschkern weit spucken, findet ihre Familie. Deswegen verkriecht Paula sich am liebsten im Gras, im Laub, im Schnee. Aber Moment, ich sag das nicht. Ich bin ja auch ihre Familie, aber ich lebe halt in Australien und habe sie zwei Jahre nicht gesehen. Und als ich sie dann sehe, werfe ich sie hoch. Und jetzt passiert es. Paula bleibt oben. Hä? Ja, sie sinkt einfach nicht mehr runter oder fällt. Sie schwebt. Sie schafft die Schwerkraft einfach ab. Sie lernt die Wolken kennen hier, den Wind und erfährt, dass ein Baum auch immer für zu schwer gehalten wird, aber dann einfach ins Meer schwimmen kann. Und als alle von dieser schwebenden Paula hören und keiner es sich erklären kann, da kommt Gunnar aus Schweden und lernt von Paula schweben und dann John aus New York und ganz viele andere. Schwebkraft statt Schwerkraft. Einfach schön. Schaut's euch an. Paula und die Leichtigkeit des Seins vom Theater Mumpitz zu Gast beim Südwindfestival in Ingolstadt. Dankeschön. Ja, gerne. Das war echt nett.